Wir gehen runter. Zwei Fuß, ein Fuß, drehen. Drittelbelts sind im Zielbereich gelandet. Schugart und Gordon bitten, noch mal zum Erlaubnis sichern zu dürfen, bis der Konvoi eintrifft. Over. General, das sind ein paar hundert Menschen. Die vor Ort sehen das besser als irgendeiner von uns. Sie wissen am besten, was sie anfordern. Ich rede mit ihm. Er ist Garrison. Ich möchte sicher gehen, dass alle genau verstehen, um was sie hier bitten. Also sagen Sie es laut und deutlich. Wir bitten, um Erlaubnis da unten Stellung zu beziehen, bis die Bodentrupps da sind. Ist Ihnen klar, dass ich nicht sagen kann, wann das sein wird? Es kann also durchaus noch eine Weile dauern. Ja, Sir, ist klar. Sie holen trotzdem da rein? Ja, Sir. Colonel Harrell? Ja, General. Es ist Ihre Entscheidung. Verstanden, Sir. Gofina, setzen Sie sie ab. Das war's. Auch wenn Sie sind sind. Hier ist stroke. Das war's. Du, du hast, du hast mich 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 Du hast mich Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt Und ich hab nichts gesagt Willst du bis der Ton euch scheide Treue sein für alle Tage Nein Nein Willst du bis der Ton euch scheide Treue sein für alle Tage Nein Nein Du, du hast, du hast mich Du, du hast, du hast mich Du, du hast, du hast mich Du hast mich Du hast mich gefragt Du hast mich gefragt Und ich hab nichts gesagt Wenn du bist, der Tod erscheine, treu sein